Auf die Plätze, fertig, los! Juhu, das ist ja aber rutschig hier. Mann, wieso fliege ich ständig aus der Kurve? Hat das was mit der Geschwindigkeit zu tun? Oder mit der Reibung? Und was wir eigentlich auch noch rauskriegen könnten, wäre, wie weit kann ich eigentlich springen mit so einem Auto? Und hopp!